Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Contemplary Browse Music. Der heutige Snack ist was ganz Besonderes und zwar beschäftigt er sich mit acht Argumenten zur Verteidigung und zwar vor euren Familienmitgliedern, die teilweise genervt sind, dass ihr übt, die teilweise genervt sind, dass ihr keine Zeit habt und die überhaupt nicht verstehen, wieso das so wichtig ist, dass man jeden Tag übt. Und ich gebe euch heute acht Argumente mit auf den Weg, die ihr nutzen könnt, um eure Familienmitglieder zu beschwichtigen oder um auch einfach mal als Klugscheißer recht zu behalten. Also in diesem Sinne viel Spaß damit, los geht's. Nummer eins, ganz profan, allgemeine Stimmung. Die Familie profitiert natürlich davon, wenn ihr gute Laune habt. Keinem hilft es, wenn ihr schlechte Laune habt. Ist doch klar. Nummer zwei, Gesundheit. Jeder braucht Zeit für sich. Sich zurückzuziehen, seine Ruhe zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Resilienz. Das ist das Konzept der sogenannten Zeitinsel, dass man sagt, okay, ich habe jetzt 30 Minuten für mich oder 45 Minuten und dabei möchte ich nicht gestört werden. Das Recht hat eigentlich jeder Mensch. Es wirkt quasi wie 30 Minuten Meditation, Pause, Ruhe. Ihr macht etwas für euch, ja. Und das ist eine Ressource. Und das ist wichtig. Nummer drei, wieder ein ganz profaner Grund. Das ist doch ein tolles Hobby, Trompete spielen oder Blechlandsinstrument spielen, ja. Wenn die Ehefrau genervt ist, weil ihr schon wieder Trompete spielen wollt, jeden Tag, was wäre dann besser, ja. Party, Alkohol, Fußball, Brieftauben, wo man am Wochenende irgendwie zwei Tage unterwegs ist. Nö. Das ist ein harmloses Hobby. Also manchmal ist die Familie auch einfach zu verwöhnt. Nummer vier, Vorbildfunktion für die Kinder, ja. Ihr lebt im Prinzip vor, wie man auf jedem Lernfeld, in jedem Lernfeld arbeiten kann. Also Konzentration, Konsequenz, Arbeitsdisziplin, Commitment, Kontinuität. Das sind ja alles Dinge, wenn das Kinder mitbekommen, dass ihr das jeden Tag macht, dann lernen die das auch. Und es ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Ja, wenn ich etwas beherrschen möchte, wenn ich etwas können möchte, dann muss ich halt jeden Tag eine halbe Stunde was dafür tun. Das ist immens wichtig, unterschätzt das nicht, ja. Ich komme zum Beispiel vom Bauernhof und für Kinder vom Bauernhof ist es völlig selbstverständlich, dass man jeden Tag arbeiten muss. Die machen sich da überhaupt keine Gedanken. Ich habe noch nie jemanden vom Bauernhof kennengelernt, der dieses Konzept noch nicht verstanden hat. Ja, weil damit wächst man halt auf. Auch wenn es in der heutigen Zeit vielleicht Quatsch ist, weil man da mehr Zeit hat oder in Urlaub fährt. Aber auf dem Bauernhof fährt man halt nicht in Urlaub. Man hat jeden Tag was zu arbeiten. Nummer 5. Bildung, Kulturinteresse und musikalische Geschmacksbildung für die Mitbewohner werden geschärft. Ja, ob das Kinder sind oder ob das der eigene Ehepartner ist oder die Oma oder die Opa oder der Opa. Es ist doch super, wenn ihr Musik macht und dadurch auch kulturelle, gesellschaftliche Inhalte mit anderen teilt. Nummer 6. Der sechste Grund. Auch wieder sehr profan. Aber der soziale Frieden gilt natürlich auch umgekehrt, ja. Das heißt, wenn ihr 30 Minuten weg vom Fenster seid oder 45 Minuten, haben ja alle anderen auch was davon. Nämlich Ruhe vor euch. Also, dieses Argument könnt ihr immer bringen. Das ist super, ja. Papa ist gerade mal eine Dreiviertelstunde weg, so. Und da kann der 14-jährige Scheiße bauen. Das ist doch wunderbar. Nummer 7. Das Zeitargument gegen die Ankläger anwenden. Also, wenn die Frau sagt, nee, du hast jetzt keine 20 Minuten, du musst jetzt das machen. Niemand würde euch doch auch kritisieren, wenn ihr euch 5 Minuten länger die Zähne putzt oder 10 Minuten länger auf dem Klo setzt, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. 20 Minuten sind immer drin. Und da müsst ihr euch auch nicht für rechtfertigen. Und jetzt kommt der 8. Grund, mein Lieblingsgrund. Den lese ich vor. Schlicht, weil ihr Bock drauf habt. Das muss drin sein für jeden Menschen, ja. Also, ich persönlich habe das noch nie verstanden. Ich verstehe, wenn man in der Familie Stress hat. Aber trotzdem, jeder sollte das Recht haben. Völlig unabhängig vom gesundheitlichen Gedanken, dass es sowieso notwendig ist. Aber einfach, weil er Bock drauf hat, eine gewisse Zeit am Tag zu tun, was er möchte. Ja, fertig. Und alle anderen haben das zu akzeptieren. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Kommentare, ja, wenn man kleine Kinder hat, okay, ja. Ja, aber irgendwann hat man auch mal ein bisschen mehr Ruhe. Ich rede jetzt nicht von Extremphasen. So, jetzt kommen noch weitere Punkte und Tipps. Ein Extraraum für diesen Zweck unterstreicht natürlich die Wichtigkeit. Ja, dann werdet ihr auch nicht gestört. 30 Minuten sollten heilig sein und als Gesetz in der Familienverfassung hinterlegt werden. So, also, wenn ihr das frühzeitig kommuniziert, dann ist die Wichtigkeit für jeden auch klar. Weiterer Tipp, einen übefreien Tag aushandeln bzw. preisgeben. Also, ihr könnt einen Riesen-Bohei machen. Nein, ich übe jeden Tag, aber jetzt tue ich euch den Gefallen, diesen Tag übe ich nicht. So, und das ist dann ein ganz großes Ding. Ihr habt einen Tag preisgegeben. Also, das ist vom Verhandeln her ein bisschen geschickter. Ja, auch ein schöner Tipp am Rande, immer frische Ooparks für alle Familienmitglieder auf der Kommode liegen haben. Ja, gibt es beim DM für 2,50 Euro, wenn da mal jemand genervt ist und sollte die Dinger benutzen. Wenn ihr ein Konzert habt und nicht genau wisst, wann ihr zu Hause seid, ja, packt immer noch eine Stunde vorher drauf. Also, wenn das Konzert bis 10 Uhr geht und die Kinder oder die Partnerin oder der Partner erwarten euch um 22.30 Uhr, ganz schlechte Idee. Immer sagen, es geht bis 23 Uhr, ich bin um 23.30 Uhr zu Hause. Dann ist niemand enttäuscht, auch wenn ihr noch später kommt. Aber dieses knapp Kalkulieren und dann doch eine halbe Stunde zu spät kommen, ja, dann sind alle angefressen. Übrigens kann man auch alle Ausgaben für Instrumente mit diesen Gründen, die ich eben genannt habe, auch begründen. Und ein extra Sparkonto würde ich aufmachen. Da muss ja keiner was von wissen, ja. Aber jeden Monat 30 Euro einfach für euer Hobby zurücklegen, macht total Sinn. Oder 40 Euro oder 50 Euro, ja. Mal für ein neues Instrument oder für das oder für jenes, für Equipment. Und ich würde das gar nicht großartig kommunizieren, das ist eure Kohle. Und, aber ich würde es auf ein extra Konto packen. So, dass ihr auch einen Überblick habt, was ihr für euer Hobby ausgeben wollt. So, das waren mal meine heutigen Tipps. Ich bin mir sicher, dass es noch mehr gibt. Und freue mich über weitere Argumente in den Kommentaren, die ich jetzt vielleicht vergessen habe oder die mir nicht eingefallen sind. Aber ich fand das ein witziges Thema und es hat mich einige Väter auf dieses Thema gebracht. Und ich habe es selbst auch schon erlebt, natürlich. Und ja, vielleicht hilft es euch. Besucht mich auf meinem Patreon-Kanal, besucht mich im Club. Die Links dazu findet ihr hier. Und ich freue mich auf euch. Macht's gut, euer Manuel Hedecke. Ciao, ciao.